hallo zusammen willkommen zu einem neuen haul video diesmal war ich auf der modell hobby spielmesse in leipzig und zeige euch mal meine einkäufe die haben mir hier leider keine karte reingepackt die sind auch jedes jahr da da habe ich nicht viel gekauft einmal wasser magic ich gucke mal dass ich noch ein bisschen reinzoome in der farbe midnight black dann habe ich mir dieses tacky glue geholt das ist jetzt zwar nicht das die tolle variante davon ist es halt dieses cool variante davon nicht diese ganz goldene flasche dieses original aber zu ausprobieren dachte ich das reicht erst mal bevor ich das irgendwo bestellen muss und modpodge da habe ich das matte glaube ich und das glaube ich weiß ich jetzt nicht in der größeren flasche schon da und habe jetzt das hier in spake spake entdeckt gehabt dachte mir das nehme ich auch mal mit zum ausprobieren das hat so glitzerpartikel ich weiß nicht ob ich das hier gut einfahren kann ja so ein bisschen leider klappt das heute mit dem fokus wieder nicht mach ich immer pahnt da gab es einen stand wie man immer vier bis zehn teile für jeweils 10 euro sich aussuchen konnte und da habe ich so bei den holländern war hier noch so ein cutout umsonst also dann habe ich hier erst mal die bordeuern mitgenommen sehen ob ich die gut zeigen kann einmal hier in so einem zart rosa andere in zart rosa dann werde ich hier im hellen blau noch mal helles blau bei denen habe ich gehofft die auch noch in rosa zu finden weil die büten so ein bisschen kischbütenartig sind aber leider gab es die nur in rot aber vielleicht kann ich die auch in rot gut verwenden so als nächstes hatte ich dann der so ein bisschen raus diesen stickerbogen hier entdeckt dann sehen ob ich den so ein bricht hier anstecken so verschiedene und mit so einzelnen buttons so dazwischen da habe ich einmal diesen hier einmal den hier die sind vor allem auch schön groß man sieht das ja im vergleich zu meinen fingern da kann man die gut für verschiedene projekte verwenden dann ist hier noch ein ähm Dekopage Pack Paper Mania ist das ähm mit so verschiedenen Taschenuhren ja sind teilweise halt hier auch so ausgestanzt und zwar sind das zwei verschiedene also einmal sind das diese Uhren und einmal ist das hier so ein Heißluftballon dann habe ich hier noch so ein paar Älfen dann habe ich hier noch so ein paar Älfen dann habe ich hier noch so ein paar Älfen dann sind die Seite dann habe ich hier noch mal welche das nächste habe ich schon mitgenommen es gehört jetzt nicht zu diesen äh Sammelteilen dann hat die mir so gefallen einmal hier ähm Zahnräderstanze die hat 13 Euro gekostet und ich fand das toll dass die so einzeln sind dann kann ich die sehr gut miteinander äh kombinieren einmal diese und dann hier noch so ein Koi Karpfen für mein Japan Projekt hier konnte man sich äh 14 Euro aussuchen da habe ich einmal ähm diese Blumen hier mitgenommen das sind Weiz das sind Weiz dann hier diese Uhren das sind auch Breds hier so Schmetterlinge drauf und Blumen dann einmal von Scrapberries hier so ein Geburtstags-Teddy Stempel mit Happy Birthday und Happy Birthday und For a Wonderful Person und hier noch mal Breds also ein Mittelstück hier dann noch 10 Teile für 10 Euro da habe ich mir ausgesucht einmal ähm diese Sticker für das Album für meine Tochter Bad Time und Meal Time First Crawl Bath Time das fand ich ganz süß dann hier diese Metallic Optik Embellishments das ist so eine Formsticker davon gleich zweimal welche in verschiedenen Designs einmal hier in so ein Bronze Antique Gold und einmal in so ein Antiques Silber dann Shitboard Formsticker mit einem Weihnachtsmotiv das sind auch Shitboard Sticker ähm zum Thema Geburtstag so ein bisschen rein wieder so das dachte ich ist äh schön wenn man mal für einen Mann oder einen Jungen eine Karte machen muss die Farben sind so ein bisschen gedeckter dann habe ich hier ähm Katzen Chipboard Sticker die waren so süß hier sind auch so Mäuse drauf und Fische also so Katzenzubehör das ist ganz süß vielleicht auch wenn wenn ich mal für unsere Katze eine Skatebook-Seite gestalte ähm mit den gleichen Katzen gab's dann hier auch noch so 3D Sticker ähm dann sind das äh auch Chipboard Sticker ähm 140 Stück in so einem Stein also wie so Stein und auch so ein embossed also die Buchstaben sind so ein bisschen ähm ja fallen so ein bisschen ein so dass es dann wirklich wie so eingrabiert erscheint so so und dann habe ich mir noch zwei verschiedene Arten von diesen äh äh Enamel dort also so so Klebepunkten sind das und äh das war mal was anderes als nur Glitzer so und der Shop war Memories for you das äh war der Shop bei dem ich da eingekauft habe so 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 Oh, da war der Feier mir dann nicht reingezogen. Was ich jetzt zeigen werde. Und zwar habe ich einmal wieder Papier gefunden für mein Jakon-Scapbook. Ja, die Muster seht ihr ja hier drauf. Und mir gefällt das, dass hier auch so ganz einfache teilweise dabei sind. Und dann hier so ein bisschen mit Kirschbilden. Katze läuft durchs Bild. Giddi, du möchtest kein Internetstar werden. Das geht runter. Oder geht zu Herrchen. So. Also, diese Muster sind also soweit. Das sind jetzt auch noch mal. So. Das hat eine total schöne Muster. Und der hat auch noch 15 Euro gekostet für 48 Watt. Werde ich bestimmt gut gebrauchen können. Dann habe ich, da war ich ganz glücklich drüber, von Doodlebug Design hier Papier gefunden. In einem Collection Pack. Und zwar Hello Sunshine ist die Reihe. Und da sind diese Papiere dabei. Also es sind elf Double-Sided Papiere. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also diese, die man hier sieht. Und dann noch ein Sticker. So. So. Dann hier. Also das mal ein bisschen auszusungen wieder. Oh, zwölf mal zwölf Sticker Sets. Dann sind hier auch so ein paar Wörter. Und ja. So schön. Und ich finde, die Doodlebug Design hier immer total niedlich. Und dann habe ich da noch einmal hier diese Stempel mitgenommen. Den lieb ich hier schon eine ganze Weile. Da steht, also die sind von FQ. Und ich weiß gar nicht, ob das, ähm, wir wünschen dir. Ist das nur? Ähm, ja. Also dann hat man hier einmal dieses, wir wünschen dir. Und, ähm, dann, dass du jeden Tag mit einem Lächeln beginnen kannst. Kekse, die glücklich aber nicht dick machen. Und, ähm, nach einem Gewitter einen großen Regenbogen. Ja. Und die finde ich für Geburtstagskarten sind die super. Und hier ist auch noch so ein kleines Schmetterling dabei. Und ich glaube, ja, die gab's da in der Kasse direkt. Also nochmal dieser Shop. Memories for you. Äh, nächste Tüte. So. Also das ist jetzt hier so ein bisschen gemixt. Mal sehen, ob ich das auseinanderhalten kann. Also das hier kam von einem holländischen Shop. Ähm, da konnte man sich drei Packungen Brats aussuchen. 14 Euro, glaube ich. Und da habe ich... Entschuldigung, wenn das so raschelt. Ähm, einmal diese hier ausgesucht. Das sind so Blümchen. Das sind so Blümchen. Da sind 24 Stück drin. In verschiedenen Farben. Teilweise gepunktet. Teilweise einfarbig. Dann Kreuz und Schlitz. Schrauben Brats. Also das sind keine Schrauben, sondern nur der Kopf sozusagen. Das fand ich für Vintage mäßig total schön. Äh, und dann hier Schlüssel und Schloss Brats. Also da sind überall... Über den Schrauben hier sind 50 Stück drin. Und hier sind auch 24 Stück drin. Mal sehen, ob ich den Rest von dem Shop noch finde. Das ist hier natürlich alles ein bisschen zusammengegangen mit jetzt. Da habe ich dann, ähm, hier noch solche Papiere mitgenommen. Und zwar haben die da, ähm, ausgestellt, so schön gemacht. Da haben wir diese Folien hier genommen. Und, ähm, da drauf dann solche Kugeln gemacht. Und, ähm, das dann auf Karten gemacht. Und die Idee wollte ich nachpassen, weil ich das total schön fand. Deswegen habe ich mir dann einmal diese Kugel... Also erstmal diese Folien mitgenommen. Dann diese Kugeln. Ja, die Folien haben auch so ein schönes Design hier. Das sind verschiedene Kugeln. Und nochmal, äh, solche Glöckchen. Und dann, ähm, dann kann man gut hier oben, wenn irgendwo diese Löcher sind... Aber hier kann man gut dann solche Schleifen festmachen. Und das will ich zweimal noch beschreiben mitnehmen. Dann kommen wir weiter. Ich glaube, das ist jetzt alles von Ideen mit Herz. Erstmal habe ich mein Lieblings-Kriebelband, äh, mitgenommen. Wenn es darum geht, etwas fest zusammen zu kriegen. Und zwar ist das dieses rotes Dicci-Tape. Ähm, ich nehme immer... Oh, ich habe zweimal das Dünne mitgenommen und einmal ein bisschen dickeres. So, dann habe ich ganz viele Sticker-Body mitgenommen. Also einmal diese hier. Diese, ähm, also... Bunt, bunt, fritzant. Dann... ...diese grünen Steinchen. Diese violetten Steinchen. Das sind alles Bordüren. Also man kann die auch als einzelne Steinchen auseinanderschneiden. Den hier nochmal in grün. So einen leichten Goldton. Dann hier so eine weiße, ähm, zick-zack-Vollüren. Die... Diese Punkte nochmal in, äh, mit so einem leichten Guillette. Und nochmal in einem leichten Goldton. Und dann hier nochmal größer. Und dann leichten Goldton. Und dann hier nochmal größer. Und dann leichten Goldton. Und hier ist nochmal in so einem schönen Orangstieße. Zwei Stoffbordüren habe ich mir noch mitgenommen. Einmal diese. Und... diese. Und... diese. hier weiter. Dann habe ich hier... so kleine Lippkuchenmänner, die... die waren total süß. ein paar Eulen. Ein paar Eulen. Und ein paar Frische. Die fand ich lustig. dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann habe ich hier nochmal Weihnachtstickel. Wie mache ich die am besten? So. Ganz lustig sehen die aus. Hier auch nochmal so einige Sticker wurden. Weihnachtliche Motiven. Weil da ist ein Stativ da im Bild. Deswegen kann ich's nicht so... gut zeigen. Dann habe ich hier noch so ein paar geflockte Stickerbögen. Einmal mit Tannenbäumen. Schneeflocken. Und einmal mit Schneeflocken. Es gab noch andere. Aber ich fand... da passt das Thema geflockt einfach am besten. Also mit diesen weißen geflockten. Weil da... weil das so wirklich Schnee ist. 3D-Punkte nehme ich auch immer mit. Dann habe ich hier einmal... so eine 3D-Rohlinge zum... zum selber zusammensetzen. Da sind immer 10 verschiedene Designs drin. Kann man mal auspassen. So. Dann haben wir in Japansköpfe. Für die Seronen. Von diesen schon sehr viel benutzt. So. Einmal dieses Motiv. Dann dieses Motiv. Dieser. 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 auf die Schuhe. Achso. Hier. Ein Mädchen. Eisschorle. Auch nochmal auf die Schuhe. Und der ist auch auf die Schuhe. Die sind total süß für den Winter. Ich habe da einen. Ich glaube, ich habe diesen hier mit dem Liederschal. Den habe ich auch noch auf die Schuhe. von einer Freundin gekriegt. Und. Als ich die jetzt nochmal gesehen habe. Dachte ich, die resten muss. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen sein. Pinguin ist auch total süß. So. Wenn es wieder zum Lied wird. Dann werde ich es wahrscheinlich aufgedrungen. Dann habe ich mir diese. Die Glitzer. Klebebordüren und Klebetapes mitgenommen davon habe ich mir schon mal welche geholt in in dünnen und nur einfach finde ich gerade eins die sehen dann so aus es gibt die auch noch ein bisschen dicker ich habe mir damals die dünnen mitgenommen und ja und diese fand ich vom Muster her waren die auch schön es gab auch noch karierte irgendwie aber keinem gewusst hat die Sticker reichen so das ist ein Geschenk für eine Freundin das zeige ich nicht im Bild dann habe ich hier so eine Fuchs Sticker die sind so schön metallig glänzend da freue ich mich auch schon die zu verwenden aber gleichzeitig auch wieder nicht weil es ist immer nur schade aber die sind schön dann habe ich hier einmal 10 Bogen Deko Karton mit Eulen mitgenommen das sind verschiedene Designs also ich kann Ihnen ja mal das vorne und hinten zeigen das mag ich jetzt nicht auch noch auspacken dann verstecken sich hier noch ein paar Stücke bei Dünnen damit hätte ich reichlich eingebucht also hier sind solche mit so einem silbernen Stern und Halbperlen dann auch mit Halbperlen und die sind so ein Blümchenartig dann sind hier so eine schillernden lauen Sternchen mit Zickzack Bordüren und hier so goldene Blümchen vielleicht hier 3D Sticker Bögen zum Thema Weihnachten das ist immer ganz gut auf so einer Karte Eulen und Baby also Baby Design und die hatte ich nämlich schon mal oder die habe ich noch in diesem Design und finde die immer noch toll und habe dann die Baby Design auch nicht genommen weil momentan kommen halt auch viele Babykarten bestellen hier rein und es haben vielleicht auch schon bald neue Babykarten angekommit und dann geht es also so kitzig ja, jetzt stoppe ich mal raus so, ab diesem Zeitpunkt werdet ihr jetzt wissen warum dieses Video dann wahrscheinlich irgendwas mit das Glitzer-Desaster heißen wird und zwar jeder Bastard kennt das wenn einem eine Glitzerdose auskippt dann hat man das noch Monate Jahre in seinem Bastardzimmer rumliegen und an den Händen an der Kleidung und der Übeltäter ist diese kleine Dose mit hübschem Glitzer die nämlich nicht richtig verstoßen war oder aufgegangen ist beim Einpacken oder was auch immer und ja der Glitzer hat sich jetzt auch in meinem Arbeitszimmer verteilt Großteil konnte ich jetzt noch wieder auffangen aus der Tüte und an den ganzen Sachen die da noch drin waren klebte der natürlich noch ähm ja also diesen Glitzer habe ich mir in weiß der ist zugegeblieben und blau der sich in meinem Arbeitszimmer verteilt hat ähm geholt mal sehen wie viel Spaß mir das noch bereit wird also nicht wundern an den nächsten Sachen werden wir wahrscheinlich immer noch etwas davon finden so mit Glitzer Papieren geht es jetzt weiter die eigentlich nicht glitzern sollten ich habe hier einmal dieses Papier mit Kameras geholt dann hier welches so mit Bastelwerkzeug oder Bürowerkzeug ein maritimes noch eins hier nochmal mit so wellenartigen Mustern das habe ich mir zweimal mitgenommen dann das fanden wir also mein Mann auch total schön ähm dieses ähm ja wie nennt man das Kringel-Muster vor allem hier in Orange und hier in diesem Rot hat uns das besonders gut gefallen weil also das hier zumindest ist halt nicht nur Rot sondern halt sehr viele verschiedene Farben genauso wie das Orange das ist auch sehr unterschiedlich ja davon habe ich mir ein paar mitgenommen ich finde die Karten sehr schön ähm dann hier noch mal Schmetterlinge mit drei verschiedene Farben einmal in Violett und einmal in so türkis blau so geht's weiter das ist überall da geht's ja drauf überall ich versuche das so gut wie es geht wegzumachen aber es ist einfach nicht wegzudenken und jetzt ist es sogar hier auf meinem Schreibtisch überall äh ja dann als nächstes habe ich mir hier Aufkleber mitgenommen einmal hier so Feen die haben auch eine schöne Größe ähm Seorosen noch mehr Feen dann hier so Blätter noch mal Blätter verschiedene Arten verschiedene Arten ähm 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 mit Rotton und hebe nochmal so ein rötlicheres biode das hier sind so ne Gipzer Ornamente so sehen die aus und für also vor allem in blau jetzt sind die ja für Winter Weihnachtskarten ähm dann habe ich hier noch solche Steine gefunden einmal in blau und in rosa ja was gemach hat aber seitdem das gemacht haben was sie gemacht haben funktioniert der nicht nur richtig äh deswegen habe ich mir jetzt mal testweise diesen klebe voller mitgenommen und teste den mal aus. Dann sind hier noch mehr 3D-Motive. Einmal heißt das Eliteblüten, dann auch nochmal, ja das ist verschiedene, das habe ich auch noch aus, dass man hier sehen kann. Einmal diese, dann hier so eine Rose, hier noch diese, dann auch immer mit so Metalligeffekten nochmal, noch eine Rose. Ich kenne da nämlich alle Namen. Das ist eine Rose. Und dann nimmst hier noch Cakes. Das blitzert überall, seht ihr das? So, Topping, hier mit Erzbeeren, Kakaobund, Kirsche, Erzbeeren, nochmal Kirschen, nochmal Erzbeeren, Achso, da versteckt sich nochmal Kirsche. Und das ist Schokospitter. So, machen wir weiter. So, dann habe ich hier nochmal so Sticker mitgenommen, mit Zolo Bolt, für Glückwunschkarten auch. Beides drauf für Jungen und Mädchen. Dann habe ich hier so eine schöne Schmetterlinge entdeckt. Ähm, diese Seerosen, die ich schon mal hatte. Für mein Dachanalbum. Da sind auch die anderen Dachanalbumen, die ich hier gefunden habe. Das ist einmal diese. Die sind auch immer mit dem Metall. So, dann haben wir hier so eine kleine Schmerzen und die gegräte. Die sind auch immer mit Schmerzen. So, ich habe hier so einen Schmerzen. So, ich habe hier so einen Schmerzen. So, es war hier so eine Schmerzen, die ich hier so eine Schmerzen kann. So, ich habe hier so einen Schmerzen. da kommt man auch immer gut mit aus das habe ich hier die habe ich einmal in rosa mitgenommen dann einmal in rot und einmal in weiß dann sind hier so rote Sternschnuppen so sehen die aus für weihnachtskarten habe ich eine menge relief sticker mit glückwünschen mitgenommen die benutze ich auch immer sehr gerne für karten die werde ich jetzt aber nicht alle im einzelnen durchgehen die geben den karten immer noch so einen schönen Schliff so dann habe ich mir hier zweimal die so einen Schlüsselsticker mitgenommen hier sind auch die Dänen drin ich sette die erstmal durch natürlich auch wieder für mein Album so dann sind hier auch noch mal mal so ein paar Gratulationen lass dich feiern noch so ein bisschen Einladung verschiedene Farben und verschiedene Cocktails dazu oder Getränke dann habe ich hier nochmal so Blätter zwei Mal diesen Sticker weil ich hatte mir den schon mal geholt und der ist jetzt fast leer dann habe ich hier nochmal so 3D Sticker ein bisschen Garten ein bisschen Garten vintage käsig hier ist auch so ein bisschen vintage nochmal mit Cakes und alles Gute viel Glück Glückwünsche und hier sind noch solche Halbperlen einmal in blau und einmal in nieder so so und das Letzte ist jetzt mein Einkauf bei Lave & Lounge es muss sein, dass sich hier noch etwas anderes mit drin versteckt so so dann jetzt da habe ich erstmal diese Blumen abgenommen dann diese Natalblüten dann hier ein Mix ausblüten mit Schlüssel die Metall-Ecken habe ich mir zweimal mitgenommen dann habe ich die Zahnräder mitgenommen noch mal ein bisschen dann habe ich die Zahnräder mitgenommen noch mal ein bisschen kleine Zahnräder und noch mal kleine Schlüssel ach den habe ich auch noch vergessen zu zeigen von Idee mit Herzweide noch Farbe und das war's dann auch das Glitzer-Desaster verabschiedet sich dann für heute vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß selber beim Shoppen bis dann bis dann ganz und Vielen Dank.